Ich bin heute auf eine Hochzeit eingeladen und das ist mein Outfit und auf jeden Fall sind wir ohne die Kinder auf diese Hochzeit und oh mein Gott, was ist das für ein geiles Lebensgefühl, ohne die Kinder irgendwo zu sein. An alle, die gerade mit einem Schreibaby zu Hause rum sitzen und sich einfach nur denken, boah, ich kann nicht mehr, kann mich irgendjemand retten, es wird besser. Es werden Momente kommen, an denen ihr fremdes Babygeschrei hört und es wird nicht euer Kind sein und das wird richtig schön werden.